Moin moin, das geht raus an alle Weinliebhaber da draußen. Am Samstag, den 1. April, findet bei uns im Klete in der Speicherstadt das erste Riesling-Swag-Event statt. Elf Riesling-Weingüter präsentieren ihre besten Weine und elf Sommeliers führen durch den Abend. Unser Küchenchef, Kim Wunderlich und sein Team kreieren dazu ein passendes Fünfgang-Menü. Weitere Infos sowie Tickets findet ihr in dem Link zur Videobeschreibung. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020